Jörg Schmidt ist eigentlich Brandinspektor bei der Feuerwehr in Goldstadt. Er suchte eine Lösung, um Problembäume im Einsatz schneller zu beseitigen. Entstanden ist eine clevere und günstige Lösung, die sich zur Baumfällung in jedem Privathaushalt eignet. Eine Baumfällung bei Ihnen mit meinem System ist sicher, sauber, schnell und günstig. Das Hauptarbeitsmittel von Jörg Schmidt ist ein Kran mit 27 Meter Reichweite. Auf einem Privatgrundstück soll eine 20 Meter hohe Fichte abgetragen werden. Beim Schnitt bahnt sich der Kran mit seiner Greifersäge seinen Weg in jedem beliebigen Winkel zum Baum. Er greift ihn fest und sicher und die kräftige, integrierte Kettensäge arbeitet sich zuverlässig durch alle Bäume bis zu 50 Zentimeter Durchmesser. Jörg Schmidt steuert den Kran per Funk. So hat er besten Sichtkontakt zum Baum, aber auch zu schutzwürdigen Stellen wie Hausmauern oder Fensterscheiben. Nach dem Schnitt hebt der Kran die 4 Meter langen Baumstücke mit allen Ästen verlustfrei in den Container. Fünf Schnitte genügen und eine komplette Fichte liegt auf dem Container. In einer Stunde ist alles vorbei. Ihr Grundstück bleibt frei von lästigen Ästen und den sonst üblichen Spuren einer Baumfällung. Sicher, sauber, schnell. Das ist meine Baumfälltechnik und das Beste.